Okay, I can turn off if you want. No, no green, it's okay, I cheat too, no problem. Not to kick you. Hast du schon mal selbst einen Psychologen gebraucht? Ob ich heute meinen Rank bekomme? Uh, das zwei. It's gonna work like a charm. Hello team. Hat der immer ein Bubbler gesagt? Eins, zwei, drei, vier Leute bereits im Vorfeld gemutet. Oh man, das wird so ein Kampf. Wir sind zu viert auf A. Hallo. And another cut. Och, und noch einer. Guck mal, jetzt sind sie da. Keiner hat einen Diffuse dabei. Warum muss ich eigentlich im Team mit den Kartoffeln sein, die nichts geschissen bekommen? Kann ich nicht einmal in dem Win-Team sein? Weißt du, um dann wieder auf den Rank zu kommen und dann vielleicht aus dem Sumpf raus zu sein? Ach Gott, wir haben die Bombe dauernd. Ich weiß das nicht. Ach, da ist sogar eine IOP. Nice. One down. Another one. Ah, Teamkiller, alles klar. Ah, nur noch vier. Nice. Hm. Ich werde ich diese IOP-1 gerankt, wenn das so weitergeht. The terrorists win. Also sie haben gesagt, Enemy Yellow und Enemy Orange hat gehackt. Pfff, weiß ich jetzt nicht. Ich habe da nichts gemerkt. Aber wisst ihr was? Wir schauen einfach mal rein. Äh, wir müssen auf, ähm, ne, war jetzt wer hier? Sehe ich hier nicht die Farben? Geil. Ich sehe hier nicht die Farben. Mhm. In die Fresse einmal eben. Und geneift. Ich glaube, da habe ich gleich den einen geholt, der rausgerannt kam. Genau den. Dann hole ich den Nächsten. Ihn. So. Stopp. Und wen können wir noch begutachten? Äh, in dem Fall. Ähm, kill. So Monsieur, dann hauen wir rein. Okay. Also in Tunnels kommt auch einer. Boah, jetzt nicht über den jetzt eben großartig gesehen hat. Man hört ihn halt auch steppen wie so ein Ochs, ne? Also, hm. Na gut, jetzt wird er eh gekillt. Also, ich habe das jetzt nicht sehen können. Das sind doch voll komische Namen. Das sind ihre Ingame-Namen, ne? Tatsächlich. Wir sind mit keinem Overwatch, ne? Ich gucke gerade in das Spiel rein und die Leute heißen hier tatsächlich Cole, Mattia, Banjo, Anker und Daisy. Sieht ihr, wie der eine da durchrennt? Ah, ja. Man hat seinen Kopf gesehen. Alles klar. Okay. Okay, also da ist nichts. Ich spule jetzt mal bis zur Runde, in der wir gerade eben rausgegangen sind. Oder halt bis eins kurz davor. Ich glaube, hier. Komm, Anchovy. Was machst du jetzt? Ah, da unten ist halt noch einer, den sie komplett kaputt machen wollen. Flasht. Schaut kommt und er ist weg. Ach, da haben wir schon surrendered. Ah, scheiße. Ne, also ich denke nicht, dass da großartig was war. Und falls doch was irgendein Lobo-Cheat oder sowas. Es hat aber auch echt einen riesen Durcheinander mit den Kack-Ranks, ne? Also, man hat ja letztes Mal gesehen, dass ich mit Silver unter anderem in einem Team war. Das Mal davor mit LEs und Lems. Wenn sich da ein Lem halt in so ein Spiel reinverirrt, dann mag das sicherlich auch für die, ähm, Untergerankten halt wie Cheaten sein. Wenn jemand halt dann grad ultra reinpfeffert. I shut on the warm-up now. Das habt ihr nicht gesehen. Hallo. Oh nein, 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 nein. Hello Team. Hello. Oh nein. Der hat doch jetzt nicht an, oder was? Ah! Okay, ich kann noch turnen. No, Mann. No. No, Green. It's okay. I cheat too. No problem. Not kick you. Okay. Ah! Gottes Willen ist das Krampf! Bei dem anderen Spiel waren immerhin alle clean. Aber das... Zoom Machine. Rapporte. Yes, yes und yes. Und der andere, ich glaube es ist wer? Besser gegangen? Woran erkennt man einen Psychopathen? Ach so? Verdi! Das war jetzt doch sehr konsistent hier mit dem DMG. Ich dachte ich wäre Gold oder Silber oder sowas, so wie die Games letztens waren. Jetzt laden mich die zwei wieder ein. Die zwei Hacker. Ich hab gar nichts gemacht. Ah, eins muss ich schon noch machen eigentlich jetzt, ne? Hm. Hoffen wir mal, dass der Rank jetzt ein wenig hilft. Nicht mit kompletten Saftsäcken zu spielen. Bitte, danke. Ach, Train! Nice! Natürlich nehmen wir jetzt die kleinen Kackstöße wieder nicht an. Das ist doch klar, oder? Wie kann das zwei? Ich weiß auch nicht! Oh! Train! Okay! Welcher verschissene Kot-Dackel hat Train in seinem Pool? Und drückt da nicht auf Accept! Das dritte Mal! Oh, Train! Geil! Ah, Wettigo! Sag bloß, Wett! Das wird voll! Die nächste Mett! Oh, der Armett! Der Armett mit dem Revolver! Oh Gott, was? Silver 2! Silver 2! So, ihr wisst nicht, wie diese Mett spielen, richtig? Nein! Beste Voraussetzung! Ich glaube, ohne das Surrendern hätte ich niemals meinen Rank bekommen! We are mid! 3, 2... One window! He's down! City last! Wow! Aber ey, die sind cool drauf! Die sind richtig cool drauf, die Jungs! Sofort! Ein ganz anderes Spielgefüge als ohne Rank! Auch wenn wir scheinbar ein Silver 2 dabei haben! Kein Plan, wie das geht! Ich hab DMG und... Ah! Das war echt wichtig mit dem Rank! Wirklich! Ich werd jetzt nie wieder den Rank ablaufen lassen! Nie wieder! Wir haben auch so Luck, dass wir direkt bei City starten können und praktisch mehr oder weniger zu Null wohl reinfahren können, denke ich! Hoffe ich! Ist das schön, auch wenn man es wahrscheinlich nicht zur Regel machen kann, aber ich sag euch direkt! Unranked! Und Non-Prime! Ekelhaftester Käse der Welt! Aber mit Rank? Auch gut! Auch diese Ansagen und sowas, das ist nice! Die talken alle! Lassen wir das Low HP! Nice! Oh, sie machen hier gerade einen Eco-Plan! Alle sollen auf B gehen! Da bin ich natürlich dabei! Orange auch! Mit M4! Yay! Nice Boys! Ist ja nicht einer gestorben? Sind die ohne Waffe? Ne? Schade! Mr. Silver will hier mal vorgehen und gucken! Ein bisschen Lucky Lucky machen! Es ist ultra die sweete Truppe! Voll gut gelaunt! Sehr freundlich! TMG halt! Der TMG macht's! Oh, B ist offen! Nein! Leute, B ist doch sowas und voll schon! Wie lange habt ihr B offen gelassen? Scheinbar nicht lang genug! Ah, der Grüne meint, er würde Smurfen! Er ist Legendary Eagle! Aktuell! Auf seinem Main Account! Puh! Da war noch einer, oder? Nein! Doch! Leider! Legendary Eagle ist aber nur ein Rank über DMG, oder? Somit würde er nicht wirklich rein Smurfen, wenn wir alle DMG wären! Ich gucke jetzt mal, was hier vor A abgeht an Encountern! Nichts! Who is cheating? Lady Margit? Okay! Er sagt, Lady Margit cheated! Ja, Margit cheated sowas von überhaupt nicht! Ich hab grad 30 Jahre gebraucht, um abzudrücken, um überhaupt zu sehen, dass da jemand steht und ich hab überlebt! Wenn da jemand mit einem Wallhack oder einer Aim-Unterstützung am Start gewesen wäre, wäre ich sofort down gewesen! Das ist ein bisschen langweilig, weil sich Gegner halt die ganze Zeit verstecken und so Stück für Stück dann nur rankommen und irgendwo rumgammeln. Ich denke, ich werde die große Teile wegschneiden von dem Spiel, weil es halt einfach nur... Man rennt rum und sucht sie! Yo, da war echt noch am T-Spawn gesessen, alles klar! Jetzt bin ich gespannt, ob es bei T genau so chillig klappt! Ahmed scheint große Probleme zu haben, uns zu verstehen! Boah, hat einen Foul! Okay! Holy shit! 16 AP! Er schießt auf mich, trifft mich nicht! Later! 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 Diesmal hat er keinen Fokus gehabt! Also auch bei ihm denke ich da nicht, dass er irgendwie Wallach oder so... Also er hätte mich ganz ganz locker jetzt hier zumindest ein bisschen encountern können, aber da war ja gar nichts in die Richtung, er hat einfach nur links geguckt von sich aus. Wie ist es clear? Komplett kicky! Komplett kicky wirklich! Ah! Das war's schon! Und noch ein Grafhundel abgestaubt! Locker! Das war jetzt eine holprige Ausfahrt, aber ich bin jetzt zum Ende hin doch ganz zufrieden, dass der Rank da ist, dass wir jetzt auch mal ein richtig schönes Spiel hatten, in dem alles gut lief und dass wir vor allem jetzt halt auch für die Zukunft dann hoffentlich wieder bessere Spiele am Start haben und vielleicht sogar proven können, ob es mit Rank grundsätzlich besser ist als ohne. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes und natürlich ein ganz großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Hier begrüße ich ganz am speziellen Sneeze ganz neu als Kanalmitglied und Sonnton darf ich bei den Patreons frisch begrüßen. Haut da rein! Bis dann! Danke für alles! Muah!